hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von machine key hier auf mikrohasa tv ich bin es euer ice dragon und begrüße euch wieder ganz herzlich hier zurück so in der letzten folge hatte ich den neuen personenzug wenn ich mich nicht irre vorgestellt und wir sind am post fahren mir fällt allerdings auf dass wir relativ viel post auf den bahnhöfen liegen haben und ich bin der überzeugung dass es sich durchaus lohnen könnte einen separaten postzug fahren zu lassen ich glaube das sollten wir vielleicht mal machen und ansonsten könnte man auch mal schauen ob man nicht in weitere oder eine weitere stadt anschließt ans streckennetz könnten die strecke verlängern zum beispiel nach kansas city oder einen kleinen abstecher machen nach memphis runter noch da müsste man mal schauen wohin aber ich denke das würde sich durchaus auch um vor allem mehr geldtoken zu bekommen die wir ja im weiteren spielverlauf auch noch deutlich mehr benötigen werden diesbezüglich würde ich gerne wirklich echt erstmal einen weiteren postzug in auftrag geben hier oben fahren ja einmal eine klasse 65 und einmal eine porter ist glaube ich die andere oder es ist eine boardwink ich weiß gerade gar nicht ist das eine boardwink oder eine porter denn nehmen wir doch einfach auch eine porter postwagen sind die sehr schwer 15 tonnen leichter als die coach carsucker dann nehmen wir eine porter preuß ist mit den die passion ist mit den zu langsam mit ihren 50 außerdem verbraucht die auch mehr geld im jahr in der versorgung in den reporter und wer da noch ein paar verbrauchungsanhängen vor zum post transportieren 14 21 8 machen wir fünf sagen können wir 35 post transportieren und haben ein gesamtgewicht von 130 tonnen in der spitze wenn ich das richtig sehe ja 130 tonnen könnten natürlich sogar noch zwei weitere wagen mehr anhängen theoretisch die frage ist macht das sinn über daher fährt der zug wieder halbjährlich die gegend aber irgendwann zu viel post schon abgeholt haben und dann ist das auch nicht sinnvoll wir können die wagen den zug ja immer noch erweitern später das ist ja nicht das problem wir fangen hier an dann einmal wenden und dann einmal nach voltimo und dort wird auch wieder wenden und dann einmal losfahren bitte so haben wir jetzt einen separaten postzug der kommt jetzt hier raus die zwischen fünf waggons mit post da muss der andere mal kurz warten bis die strecke frei ist und dann geht es auch direkt weiter unser kleiner postzug die wagen sind alle leer deswegen fährt er komischerweise mit offenen türen als wenn man wenn die wagen leer sind nicht trotzdem die türen zu machen könnte aber ok wo weiß man wenigstens dass sie leer sind bevorzugt scheint das linke gleis zu sein das habe ich mich ja reserviert dass das nicht gebaut wird von der stadt so mal gucken wie das aussieht wenn er jetzt belädern geht die türen schon zu kann ich mir vorstellen dass die dann zu gehen jetzt immer drin echt die post säcke gucken oder naja ob es post säcke sind sei mal dahin gestellt aber es sind auf jeden fall der ist jetzt voll und bringt uns hoffentlich ordentlich kohle ein wenn er dann am ziel irgendwann ankommt sollte auf jeden fall dass mich jetzt der hauptpunkt um mehr geld zu kriegen damit wir nämlich vielleicht doch noch schaffen es wird echt knapp aber dass wir es doch noch schaffen vielleicht diese centers help aufgabe zumindest wenigstens hier ein reward zu bekommen dass fünf städte versorgen dass wir deswegen soll 25 städte zu so vielen städten wie möglich transportieren aber immer wenn ich fünf wohl habe dann ist sicher ich kriege eine belohnung für einmal fünf städte versorgen quasi das wird das auch noch hinkriegen ich würde das echt gerne machen ich würde da wundere mich allerdings warum neuerdings die geschenke verschwinden von dem bahnhof irgendwie hauen die hier neuerdings ab das wundert mich ein bisschen dass die geschenke hier verschwinden ich weiß nicht wo die bleiben muss das mal beobachten er hatte wie eine menge produziert und angeblich produziert er immer noch aber irgendwie werden das am bahnhof nicht mehr sondern eher weniger wenn ich jetzt richtig sehe deswegen die verschwinden hier vom bahnhof und ich weiß nicht warum das wäre jetzt nicht kacke wenn das da nicht mehr funktioniert offiziell tut er das ja noch produzieren also wer das auch machen würde das wieder geschenke transportieren können und ja keine geschenke mehr macht die aufgabe innerhalb eines jahres 400 holz zu fahren das hatten wir im letzten jahr offensichtlich nicht geschafft vielleicht noch einen weiteren holzzug rein setzen hier fährt de boitwin auf jeden fall schon mal mit die verwagen sonst dann aber nicht voll war ja der wald gibt nicht mehr hierher der ist müssen beim wald ein bisschen nachhelfen holzlager würde uns kohle tocken kosten kühlerei würde übrigens sogar kohle liefern noch zusätzlich försterei wäre gut holzlager ja es ist halt es kostet tocken und die tocken die brauchen wir halt könnten hier schon zum teil investieren aber ist aber die frage ob das wirklich so sinnvoll ist das wirklich zu machen weil der punkt ist wir kommen ja sowieso unterscheiden da kommen wir halt nur früher dahin aber ich muss mehr holz besorgen hier noch irgendwo ein holz verleihen da oben ist noch einer dann würde ich sagen schließen wir den mal mit an der ist ja nicht so weit weg wir sollten noch irgendwann meisenherz fahren das wäre schon mal gut so das liegt auch weiter eben das ist auch schon mal sehr schön und dann gehen wir mal in die kohle anschluss da ist allerdings der punkt wir müssen gucken dass vor früh genug abzweigen dass ich noch ein zug stehen kann theoretisch da komme ich da noch drauf nicht wirklich gut sehr doof da komme ich wegen der kurve nicht hin muss ich einen später abzweigen wenn ich das hier noch mit aufschalten will so machen wir das eben trotzdem so unmögliche kreuzungen sagt jetzt auch nur weil die signale im weg sind ansonsten ist nämlich gar nicht so unglücklich so hat dann signal wieder dann signal jeder kommt ein kettensignal jetzt hin so alles mit kette hier alles ein langer abschnitt mit kette hier so dann haben wir das schon mal wieder hier aufgedröselt zwischen muss noch ein kettensignal dass wir die einzelnen bereiche wieder voneinander getrennt haben schon mal so hätten wir unseren abzweig der da hinten hin muss schnappen wir uns gleich hier dann gucken wir mal wie wir da am besten hinkommen mit so wenig kurven wie möglich man müsste ja irgendwann mal die richtung bauen von daher ist das ja logisch dass wir hier irgendwie mal lang kommen so dann einmal hier signal bauen bitte so bei der richtung beide richtung so und das aus wie rum habe ich das mal gemacht ich bin total vergesslich ausfahrsignal aus fahrt also andersrum nehmt doch mal das hier so und jetzt will ich das signal auf der seite das ist ja schon richtig so stimmt ja schon besorgt einfach signal da das ausfahrsignal und dann müssen noch ein bisschen mehr holz transportieren deswegen um das sägewerk noch stärker zu versorgen noch mehr holz das sind gerade beide baumstammzüge hier ist ja auch interessant was habe ich hier für loks drauf wollte es ebenfalls sehr schön so dann kommen jetzt noch mehr boltwinds würde ich sagen und zwar kosten hat bretter tocken aber was sein muss muss sein so 1 2 3 4 5 6 kann sie ziehen da werden wir aber zwei züge gleich kaufen 1 2 3 4 6 so und du nein da stehen halt die wagen da auch so 2 mal 6 so so strecke nicht starten strecke wäre erstmal gut wenn du erstmal weißt wo du hinfahren sollst du fährst über bahnhof 7 aktuell dann wirst du wenden du fährst dann zum bahnhof 3 und wirst dann auch wieder wenden start so und du machst dasselbe du fährst da kommen dann erst baumstammzüge wer klingt sich zuerst ein dann gucken dass sie sich nicht verkeilen der dreieck das ist natürlich riskant aber das alles schon relativ eng ist hier an der stelle aber bisher geht es erstmal eingeklingt jetzt steht er hier unten auf dem stück bei seiner streckenrichtung blockiert ist frei ja bei den kohlezykern müssen wir auch mal ein bisschen nachhelfen zumal hier aktuell echt nicht genug kohle rauskommt was nicht gut ist demzufolge platzieren wir jetzt ein kohlelager dann produziert das ding nämlich schon ein bisschen mehr kohle und ja die grubenzimmerung die wäre natürlich richtig geil muss ja bretter hin liefern so ab und zu zumindest mal da ist der zweite kohle zugesitiert ein bisschen jetzt verkeilen sie sich glaube ich jetzt das ist oder ne 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 hinten wird noch frei gut weil wenn der der mich hier zu stellt und der hier rüber will und der hier aber nicht fahren kann dann ist schluss mit längerem zug hätte das aber schon in die hose gehen können ja wäre in die hose gegangen mit längerem zug wenn der hier länger gewesen wäre dann hätte ich ihm sagen müssen dieses signal ignorieren dann hätte er halt weiter fahren müssen aber so jetzt steht er wieder hier im weg fährt aber erstmal er fährt aber auch und macht jetzt schwer ist den bereich ja ist ein bisschen eng hier schon in der zwischenzeit aber die ecke hier ist ein bisschen aber noch läuft es von daher alles gut was brauche ich denn noch für die forschung 200 kohle und vor allem die aneinander so aber gucken wir uns doch noch mal den postzug an ob der jetzt auch effektiv hier so ein bisschen was bringt vor allem er fährt schon mal voll mit post gucken wir mal lieferung von 105 mal post das ist sehr schön das hat er geschafft ich mir schatistiken angucke produziert entladen beladen sich irgendwo die einnahmen dadurch lieferung produziert sehe ich nicht direkt sie haben nur was sie geliefert haben was produziert wurde aber so ich könnte mal über hier nach einnahmen durch bahnhämpfe so ist schon relativ gut einnahmen durch aufgaben fahrzeug gekauft gebäude gekauft fahrzeug treibstoff darlehensanteil den werden wir noch loswerden auf jeden fall im laufe der zeit aber könnte ich ja mal wieder ein bisschen was zurückzahlen ein bisschen weniger darlehen laufen ist schon ein bisschen stark befahren die strecke jetzt hier so langsam aber ist gut vorher gelten so ein post bringt drei sagte schau mal was passiert wenn der post die vorliegen mal anschauen so liefern wir post ab so 12 13 war bringt auf jeden fall ordentlich geld denke ich mal gucken also bringt schon geld denke ich auf jeden fall hilfreich was wir da an geld bringen ach so die stadt wächst auch wenn wir post liefern das ist ja interessant auch wenn wir post liefern wird die stadt wachsen wenn wir 240 post geliefert haben dann wird sie wieder ein stück wachsen bei personen wird sie auch wieder wachsen naja ist doch gut anstatt die wächst ist gut ich würde aber echt gerne noch die geschenke liefern problem ist ich brauche 2000 geld tocken um mir so ein geschenke waggon zu leisten hat er ist echt teuer dann kann er nur 7 transportieren dann müssen wir echt mit dem rumfahren und wir müssen mal strecken bauen dafür dass das überhaupt funktioniert schon lass mal die zeit ein bisschen schneller laufen aktuell läuft ja alles soweit ich lasse die zeit mal ein bisschen schneller laufen und ja welche städte können wir dann versorgen 1 wie brüssen 5 1 2 3 4 theoretisch die zählt ja auch mit nehme ich mal stark an also die geschenke nehmen memphis ich gehe mal davon aus dass ich auch geschenke nehmen würde oder da ist die frage zählt die da jetzt mit aber 39 städte also der parat zu kommen also müsste eigentlich mit zählen ja also 1 2 3 haben wir gesagt ich hatte die beiden hier unten eigentlich im sinn und memphis eher weniger aber schauen wir mal ansonsten ist natürlich die gießerei anzuschließen so langsam mal weil wir brauchen ja auch reisen und das dann wieder zur werkzeugfabrik zu fahren dort und auch wieder die eisentocken zu bekommen also die sind schon deutlich schwerer zu bekommen aktuell hänge ich erstmal daran versuche erstmal geld zu scheffeln da macht sich der postzug schon mal ganz gut auf jeden fall dauert immer lange bis die stadt wieder um ein gebäude wächst moment ist hier ist ja auch schon eine gewisse höhe schon erreicht ja vier haben verschmutzung das sind die vier vorne deswegen haben sie damit problem aber das ist der bahnhof da haben wir noch eine werkzeugfabrik so am nächsten dran sind wir entweder hier an der ecke hier rüber oder hier wir müssen ja irgendwie dann die geschenke dauerung das heißt ich werde mal von hier aus schon mal eine querverbindung bauen zusammen zusammen machen ab zweig rein so signaltechnik so haben wir wieder einzelne bereiche hier signaltechnisch hier natürlich noch so das ist ein bereich das ist ein bereich das 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 ja haben wir erst mal ab zweig schon mal geschaffen dann können wir uns jetzt mal hier rüber bauen und das irgendwie da mal gucken um dann zu schließen ist ja auch immer so eine kleine herausforderung das noch vernünftig anzuschließen mit egal was man hier für weichen und kreuzungsstücke bauen kann theoretisch das ist schon interessant auf jeden fall mal hinten auf das stück ist das ein großer bereich kann halt nicht hier einer rein und hier einer rausfahren gleichzeitig nackt dann ist das eben so so könnten hier natürlich auch noch so ein dreieck draus machen was das ganze allerdings noch komplizierter macht aber signaltechnisch aber auch das kriegen wir noch hin jetzt wird es richtig tricky jetzt wird es richtig tricky ne jetzt hat man lieber da das andere ist schon zu weit vorne hier gibt es auch ein block hin und kein wichtiges das ist ein kettendings so hier ist auch eine kette da ist eine kette da ist ein richtiges so gut es geht voneinander trennen hier kriege ich nur kein signal hin das ist sehr schade dass die zwei leise sind dass ich da kein signal hin ich brauche aber diesen abzweig hier theoretisch auf jeden fall ja hier können wir auch schon ein richtiges signal hinsetzen beziehungsweise anders dann kette und hier ein richtiges so hier auch ein richtiges hin aber ist ein bisschen ja signal bauen ist was ein bisschen aber so so dass er uns das direkt sagt du hast versagt aber ich wollte diese arbeit sowieso nicht machen mit der waldrodung jetzt hätten wir kirchen ruinen was was sanieren müssen wir was liefern müssen mal gucken was sie da alles haben wollen so ist ein signalwald nennen wir ihn signalwald die ecke aber das ist es leider gottes ein signalwald so verbinden wir nämlich endlich mal unser güter streckenbereich mit dem anderen streckenabschnitt wir haben endlich eine verbindung zwischen unseren personenbereich dass wir hier auch schon eine seltenheit ist dass wir das endlich verbunden haben ja auch was neues was verbunden haben jetzt warum es da jetzt gesperrt eigentlich so die können natürlich nur in dieses gleis einfahren ach so sicher da ist ja noch ein problem drin ha die die von hier unten kommen die können nur in das gleis reinfahren können aber von dem gleis nicht wieder raus fahren weil sie hier hin müssen heißt quasi ich müsste von hier noch hier so und gleich rüber ziehen jetzt mache ich alles rot wenn ich einmal nur überfahren das ist ein gleis gefurschtel sage ich euch das ist nur ein gewurschtel also wenn da doch noch weiß welche weiche wie liegen muss wo er hin fährt dann dann ist ja gut sie können nur das eine gleis rein fahren das ist natürlich blöd aber es geht dazu wann kommt hier schon mal gut dazu das ist ja relativ schnell das ist ja jetzt nicht so oft der fall ja aber die möglichkeit besteht werden aber mal für den fall der feld das habe ich mich in der früheren staffel auch gemacht wenn das nämlich hier in güterzug lang fahren muss wir lassen mal die kurve ruhig weg geht gerade rüber kann den bahn einfach noch erweitern später so eine güterumfahrung für den bahnhof bauen quasi dann können wir das nämlich später noch vorbeiführen und weil es ja nicht wo man noch überall so hin muss so kette 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 sehr gut so geld haben wir jetzt 14 mit der geschichte dass wir jetzt den kredit wieder voll aufnehmen könnte könnten wir uns auch den entsprechenden wagons leisten ich würde einfach nur ein wachung kaufen und den fahren lassen ja noch zwei wachungs stehen wir uns eine porta kaufen ist weiß ich war es nicht schnell aber die reichte für den fall aus einem porta und dann hätte ich gerne einmal diesen waggon wo ich erst allerdings den kredit wieder aufnehmen muss jetzt reicht für den waggon wir hätten gerne den geschenke zug der weihnachtszug ja total vereinfalls reich ich weiß aber besser als zug 14 so einmalig ausschauen zu pro tor ersetzen oder was so ok ja irgendwie sind geschenke jetzt gar keine mehr am bahnhof ich weiß nicht warum aber so was heißt das hier auftrag zum entladen hinzu auftrag zum vollladen direkt einer station in der routenliste eingefügt um auf volle ladungsfahrzeuge zu warten naja gucken wir mal ob das was bringt also einmal hier dann einmal voll beladen dann wenden und dann abfahrt nach bortimor und dort wieder start weil der punkt ist er hat jetzt nämlich überhaupt keine geschenke mehr am bahnhof liegen und das ist die frage warum nicht weil natürlich das doof wenn die jetzt plötzlich alles schon weg wären weil warum man sieht auch hier produziert wurden irgendwie für den bahnhof keine geschenke mehr ich meine wir liefern ja und mengen holz dahin also so ist ja nicht ich finde übrigens noch 132 wir haben noch anderthalb uhr zeit ausreichend holz zu liefern so der stellt sich jetzt dahin und wird warten bis er voll ist was noch weiter dauern kann offensichtlich da ist er der geschenk gewagt da liegt der kette außen dran jetzt haben wir natürlich nur ein gleis zur verfügung hier was natürlich nicht so optimal ist aber da müssen jetzt durch naja gottes da oben kommt wieder holz da kommt noch mal holz das sind wieder 50 60 nochmal jetzt haben wir natürlich wenig gleite zur verfügung was natürlich das ganze jetzt natürlich etwas verlangsamt gehen wir doch mal den baumodus und werden hier mal ein weiteres gleis hinzufügen so ab hier zum aus aus fahrstrecke hier so dass wir da auch rauskommen so kann er laufen lassen jetzt hätte er auch ein gleis wo ich fahren kann mit seinem holz da steht um der nächste holzzug ach da kam wieder geschenk habt ihr gesehen da kommen sie die geschenke jetzt wird es auch zeit deswegen weil wir brauchen sie ja noch jetzt fährt er los mit seinen geschenken jetzt haben einen waggon da aber ein waggon ist besser als kein waggon ja wir haben zu lange gebraucht wieder für die holzverarbeitung es waren keine 400 holz die wir geliefert haben das werk ist allerdings auch ein bisschen zu langsam wir brauchen mehr ich klatsche es die försterei mit hin dann pulsiert es nämlich ein bisschen mehr holz wieder holzlager ginge natürlich auch noch aber wo ist unser geschenke zug da ist unser geschenke zug die verfolgen war noch schnell einmal geschenke fahren schneller machen ich hätte jetzt strecken die nie eine lok zuvor gesehen hat ja was für ein einfalltrecher spruch ich weiß aber warum nicht lange lange strecke wir helfen santa ein bisschen ein paar geschenke zu liefern so ich nehme an dass da erst 25 für da sein müssen bevor da was passiert genau 25 zu einem baum dann wird also ein baum draus das heißt er muss noch dreimal fahren noch zweimal 14 aber bei 21 drei mal muss er fahren dann müssen wir die stadt wechseln wo ich fahren soll dann fährt er nämlich nach st paul und dann sollten wir bis dahin eine weitere stadt angeschlossen haben ja gut ich würde aber sagen für heute verabschieden wir uns oder ich mich von euch und wünsche euch noch viel spaß und bitte bitte also nicht bitte bitte aber schaltet wenn ihr mögt bei der nächsten folge wieder ein ich würde mich freuen verabschiede mich sage jetzt schon tschüss und wenn ihr mögt dann ja bis zum nächsten mal bis morgen tschüss tschüss